Hallo, hier ist Marc Irwin, Gründer und Präsident des Dienstes von From Faith to Faith to the Nations. Und ich bitte dich, ein Partner mit uns zu werden. Deine Partnerschaft auf monatlicher Basis hilft uns, in die Nationen zu gehen, überall in der Welt. Wir sehen Menschenmengen errettet, und geheilt, und Gott bewegt sich in mächtiger Art und Weise. Die Türen öffnen sich weiterhin, und jetzt starten wir Grundlagenbibelschulen, aber es braucht Finanzen, um durch all diese Türen zu gehen. Und das ist es, was dein monatliches Geben tut. Wenn du also Partner mit uns werden möchtest, dann geh auf den Link, der auf dem Bildschirm gezeigt wird. Und ich möchte dir ganz persönlich Danke sagen für deine Unterstützung. Danke für deine Salbung. Danke für deinen Heiligen Geist, der der ist, der Offenbarung schenkt, und der ist verursacht, dass das Wort unseres Vaters in unseren Herzen lebendig wird. Denn unsere Bibel ist Gott, der zu uns spricht. Und Heiliger Geist, du bist derjenige, der es offenbart. Du bist der eine, der das Logos zum Rema macht. Das gesprochene, offenbarte Wort. Und darum bitten wir dich, dass du das an diesem Abend tust. In Jesus' Name. Amen. Wir sind ja dabei, zu lernen darüber, dass die Gemeinde lebensnotwendig ist. Und wir sahen auch die Wichtigkeit und die Kostbarkeit durch die verbindliche Hingabe all der heiligen Glaubenden in der Gemeinde in Jerusalem. Und die allererste Gemeinde hatte ihren Staat mit 3.120 ganz neu bekehrten. Die 120 waren die, die warteten auf die Taufe im Heiligen Geist. Und dann, nachdem sie von neuem geboren wurden und getauft wurden im Heiligen Geist, da kamen sie ganz regelmäßig zusammen, um das Wort zu lernen. Es sagt in Vers 42, und wir schauen uns an die Elemente der Dienstleistung, die in jeder lokalen Kirche finden sollten. Und so heißt es also im Vers 42, wobei wir uns die Elemente des Dienstes anschauen, die in einer Gemeinde zu finden sein sollen. Und all diese Dinge können natürlich auch in unterschiedlicher Weise sozusagen ausgelebt werden. Und so müssen die Gemeinden und die Pastoren darüber beten, wie das ausschauen soll. Um den Herrn zu suchen bezüglich der Vision, die mit ihrer Ortsgemeinde verknüpft ist. Selbst heute und heute Abend hier, als wir beteten, habe ich ein paar Dinge gesehen und wir haben ein paar Dinge auch im Gebet sozusagen ausgesprochen und freigesetzt. Es heißt dann, und sie blieben beständig in der Lehre, und wenn sie heißt sie, dann sind diese ganz neuen Leute dieser neu gegründeten Gemeinde gemeint. Sie blieben in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und wir haben diese Dinge schon abgedeckt. Und es heißt weiter, es kam aber Furcht über alle Seelen. Und hier sieht man die Furcht des Herrn, die über sie kam. Und der Heilige Geist hat sich bewegt, und so heißt es, und viele Wunder und Zeichen geschahen. Durch die Apostel sind sie geschehen, und wo haben sie das alles gelernt? Nun, sie hatten es gelernt bei ihrem Dienst mit und unter Jesus. Und alle Gläubigen waren aber beisammen, und hier sehen wir Einheit, und hatten alle Dinge gemeinsam, sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und der Grund, warum sie das taten, ist die Erweckung in der Stadt und damit verbunden, dass die Leute sehr viel länger blieben, als eigentlich gedacht und geplant war. Sie blieben, um zu lernen und um in die Jüngerschaft reinzukommen. Und dann heißt es weiter, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Also sie kamen ganz regelmäßig zusammen, um das Wort zu hören. Und sie brachen das Brot, kamen zusammen und aßen zusammen. Von Haus zu Haus. Warum? Weil die Leute von außen waren in den Häusern oder die Leute, die in der Stadt lebten. Von Haus zu Haus. Und warum war das so? Nun, weil die Leute, die von außerhalb kamen, in der Stadt blieben. Sie hatten damals nicht all die Hotels, so wie es vielleicht heute in unseren Tagen bei uns so ist. Ja, es gaben Häusern, aber wir sehen, dass die Leute auch ihre Häusern öffnen. Klar gab es da auch Herbergen, aber die Leute haben auch ihre eigenen Privathäuser geöffnet, um Gäste aufzunehmen. Und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frälocken und den Einfall des Herzens. Also da war Freude und auch Einheit unter ihnen. Vers 47. Hier haben wir ein weiteres Element des Dienstes. Da heißt es, sie lobten Gott. Lobpreis sollte in der Gemeinde zu finden sein. Leute sollten Zeugnis ablegen und Gott danken. Nun, das machen wir. Wir singen Lieder der Dankbarkeit ihm gegenüber. Wir singen Lieder über die Güte und Größe Gottes. Das sollten wir auch machen. Die Gemeinde sollte das tun. Und wir sahen, so wie sie dem Herrn dienten, dass der Herr sagte. Und das wird oftmals so passieren. Und das ist auch der Grund dafür, bevor wir überhaupt in die Botschaft einsteigen, dass wir Raum geben, dass wir Gott loben und preisen. Und so war es auch heute Abend. Bevor es hier überhaupt startete, sind wir zusammen gewesen und haben gebetet und auch Gott gepriesen. Wir sprechen Gutes zu ihm, Gutes zurück zu ihm und er spricht Gutes zu uns, Gutes zurück zu uns. Halleluja! Er spricht Gutes zu uns und auch zurück zu uns und wir sprechen Gutes zu ihm und zurück zu ihm. In dem Alten Testament war die Gute sehr viel Teil. Und im Alten Testament war Lobpreis ein ganz gewichtiger Teil im Tempel. Und es war auch ein ganz gewichtiger Teil der Salbung, dass Gott auf den Plan trat. Selbst bevor die Armeen in die Schlacht zogen, wenn Krieg war und wenn sie auszogen, um zu kämpfen, sind die Lobpreiser an die Spitze gestellt worden, um ihnen allen vorauszuziehen. Und das ist es, was Lobpreis und Anbetung oftmals tun wird. Es wird die Atmosphäre sozusagen säubern und es wird diejenigen vorbereiten, die gekommen sind, um von Gott zu hören. Die Leute kommen auf ganz verschiedene Art und Weise und aus verschiedensten Gründen in die Gemeinde. Ich meine, ich wünschte mir, dass jeder in der richtigen Weise zur Gemeinde kommen würde. Aber das passiert nicht immer so. Und was Lobpreis und Anbetung dann für uns für Bedeutung hat, ist, dass wir selbst unseren Blick wegrichten können von unserem eigenen Rucksack mit den Problemen voll und dass wir uns ihm hingeben, dass die Atmosphäre in der Weise gereinigt wird, dass wir offen sind dafür, dass er wirklich wieder zu uns sprechen möchte, um uns klarzumachen, was es ist, was er uns geben will. Und so haben sie also Gott gelobt und gepriesen. Die Gemeinde sollte die Zeit haben, wo sie gemeinsam Gott lobt und preist. Manchmal preisen wir ihn vor dem Gottesdienst, manchmal im Anschluss an den Gottesdienst und manchmal ist es selbst mitten in der Botschaft so, dass man vielleicht aufsteht, um ihm Lobpreise entgegenzubringen. Halleluja! Sag mal deinem Nachbarn, preis den Herrn! Und wir haben in der Vergangenheit auch schon in Lehre verschiedene Sichten vom Hebräischen her gebracht, was Lobpreis und an Betungen alles beinhaltet. Es heißt, und sie waren angesehen bei dem ganzen Volk, also da war wirklich was los, dass sie auch in der Gunst des Herrn unterwegs waren. Und der Herr aber tat täglich hinzu. Täglich. Der Herr tat täglich hinzu. Nun, wie ist das denn gegangen, dass der Herr täglich der Gemeinde die Leute hinzuführte. Nun, die Leute waren draußen unterwegs und haben Leute eingeladen. Die Leute waren draußen von Mann zu Mann also unterwegs, um zu evangelisieren. Da war wirklich was los unter der Bevölkerung. Und sie kamen, sie kamen, was passiert war. Sie kamen wieder, sie kamen, um das Wort zu hören. Die Kirche und sie kamen, um herauszufinden, was da los war. Und sie wurden von neuem geboren und sie sie wollten immer mehr hören von dem, was das Wort ihnen zu sagen hatte. Und die Gemeinde wuchs deshalb. Und der Herr tat täglich ihnen hinzu. also er tat der Gemeinde hinzu. Soche, die gerettet wurden, also sie wurden gerettet und kamen zur Gemeinde. Nun, wir haben uns am Sonntag was angesehen und ich möchte zurückkommen darauf. Denn mit Wachstum geht auch Delegation einher oder Delegieren. Mit Wachstum ist automatisch auch Delegieren verbunden. Und ich möchte, dass ihr mit mir hineingeht in die Apostelgeschichte Kapitel 6. Und ich nenne das auch Wachstumsschmerzen. Weiß hier irgendjemand, was ich meine? Vielleicht sind einige von euch zu alt, um sich daran noch zu erinnern. Nämlich an die Zeit, wo ihr am Heranwachsen wart und euer Körper sich veränderte und ihr Dinge erlebt habt, die ihr zuvor nicht erlebt hattet und das wird Wachstumsschmerzen genannt. Nun, so ist es auch mit Gemeinden. Sie können auch sozusagen Wachstumsschmerzen erleben. Denn wenn man das wachstumsmäßige, das seilmäßige Wachstum anschaut in bestimmten Leveln des Wachstums, dann sind da bestimmte Situationen damit verbunden. Innerhalb der Ortsgemeinde sind verschiedene Dienstbereiche entwickelt, um den Bedürfnissen und Nöten der Leute zu begegnen. in der Zeit Mose, als er die Kinder Israels aus Ägypten herausbrachte. Wisst ihr, da gab es die Zeit und ich habe gehört, dass es zwischen 600.000 bis zu 3 Millionen Leuten waren, die zum Volk Israel damals gehörten. Und zur damaligen Zeit war sozusagen Mose eine Art Mittler zwischen Gott und dem Volk und zwischen dem Volk und Gott. Tatsächlich war er im Alten Testament ein Typus auf Jesus Christus hin. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Denn wenn du all diese Leute hast in deinem Volk, dann ist klar, dass alle möglichen Situationen aufkommen. Konflikte und Situationen, die eben nach Lösung schreien. Wisst ihr, Familien gehen ja durch Dinge durch. Und das war sozusagen eine ganz große Familie. Und Mose war sozusagen der, der die Schlichtungen vornahm und der auch der Mittler war. Er war der Richter und die geschworenen Abteilung. Und das Wort berichtet über diese Zeit, dass für ihn es nichts anderes mehr gab, als von morgens bis abends sich andauern, nur die Probleme der Leute anzuhören. vielleicht hat jemand zum Beispiel eine Kuh gehabt, der die die das Futter von jemand anderem gefressen hat, oder was auch immer. Jedenfalls ist doch klar, dass es alle möglichen verschiedenen Situationen gab, bei mindestens einer Anzahl von 600.000 Leuten im Volk ist es vorprogrammiert, dass Schwierigkeiten auftauchen. Und so war es für ihn, dass er nichts anderes getan hat, als von morgens bis abends zu versuchen, die Probleme der Leute zu lösen. Und dann kam Jethro, er kam eines Tages auf ihn zu, und er war sein Schwiegervater, und er dachte, es ist ausgeschlossen, dass er es schafft, wenn er so weitermacht. Wenn es das ist, was er die ganze Zeit nur macht, dann gibt es keine Chance, dass er gesund dabei bleibt, wenn er andauernd sich mit dem Kram der Leute beschäftigt. Er sagte also, Moses, du kannst das nicht allein stemmen. Und das kam durch jemand, der wirklich eine Stimme auch hatte in seinem Leben. Und so ging er also zu ihm hin und sagte, warum fängst du nicht an, gewisse Dinge zu delegieren? Und so machte er das, er hat gewisse Dinge eben delegiert. Und so hatte er dann leitende Personen, die tausend Leute unter sich hatten, dann hatte er weitere Leiter, die über hundert Leute gestellt waren, und weitere, die Leiterschaft über zehn unter sich hatten. Und was so interessant ist, ist, als er diese Leute auswählte, da waren die jeweiligen Qualifikationen dieselben. Im Alten Testament war es genauso, wie wir das vorfinden im Neuen Testament. Es war hauptsächlich das Gleiche, um an diesen Stellen von Leiterschaft zu stehen. Mit Wachstum ist also auch Delegieren verbunden. Und hier haben wir diese Apostel, die mit Jesus waren, und sie sind die Leute, die in der Gemeinde zum Herzstück gehörten, also die Kerngruppe waren. Und zu dieser Zeit und bis zu dieser Zeit war es schon eine große Gemeinde geworden. Und ich frage mich, wie es ausschaute mit all den Gruppen, die zusammenkamen, wenn sie Treffen hatten und Lehre verbreitet wurde. Sie waren alle jedenfalls beteiligt in dem Prozess der Jüngerschaft. Mittendrin aber in dieser Jüngerschaft gab es diese Witwen, die per Gesetz Versorgung erlebten, wenn der Ehemann gestorben war. Es war Teil der Verantwortung, dass ihr Wittwee warst, weil dein Ehemann gestorben ist, dann war es Teil der Verantwortung unter dem jüdischen Gesetz, dass diejenigen, die dem Gesetz folgten, dass sie sich um die jüdischen Witwen dann kümmerten, dass sie versorgt sind. Dann gab es aber eine andere Gruppe jüdischer Leute, die nicht so in dieser Weise unter dem Gesetz aufwuchs, die eben nicht wusste, was das mosaische Gesetz alles beinhaltete. Und die Frauen aus dieser anderen jüdischen Gruppe sind oftmals mit ihren Ehemännern in die Stadt Jerusalem gezogen, denn es wurde als Ehre betrachtet, in der Stadt Jerusalem zu sein und den Lebensabend zu verbringen, eben bis zum Tod. dort zu sein. Und so gab es also automatisch eine Gruppe, die Verständnis von diesen Zusammenhängen hatte und eine andere Gruppe, die eben kein Verständnis hatte. Und deshalb ist Kommunikation auch so unerlässlich, weil manche eben nicht verstehen, warum wir tun, was wir tun. so heißt es hier in Vers 1 in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren. Wir haben hier also etwas, was versuchte, die Einheit zu zerstören in der Gemeinde von den Griesen gegen die Hebräer. Also an Murren der Hellenisten gegen die Hebräer und beide waren aber jüdische Glaubende. Diese Hellenisten waren also die Juden aus dem griechischsprachigen Teil, die eben nicht aufgewachsen sind unter mosaischem Gesetz. Weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden, also sie haben nicht die Versorgung erlebt, die vom Tempel her kam, weil das mosaische Gesetz das eben so vorgesehen hatte, dass in ihrem Fall Versorgung bereitgestellt werden sollte durch die Gemeinde. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen um bei den Tischen zu dienen. Nun versteht hierbei diese Jünger die Apostel waren in dieser Zeit sie waren ja früher die Jünger Jesu gewesen. Es war also nicht so dass sie nicht willig waren all diese Dinge zu tun sie hatten all das bereits früher in einer Art und Weise schon gemacht weil sie ja im Dienst Jesu dabei waren und ihm halfen bei allem was nötig war aber um weiter die Jüngerschaft voranzutreiben unter all diesen Leuten und sie zu lernen was nötig dazu war und sie zu füllen mit dem Wort Gottes deswegen hatten sie eigentlich gar keine Zeit mehr um all die anderen Dinge zu tun und an den Tischen zu dienen und im Dienst der Hilfeleistung voll integriert zu sein und und mittlerweile war es ja eine ganz ansehnliche Gruppe von Leuten geworden und so stellte sich zwangsläufig die Frage entweder man dient im Wort oder man beschäftigt sich mit den natürlichen Notwendigkeiten entweder suchen wir den Herrn und beten um fähig zu sein um das Ganze auch in gesunder Leidenschaft vorwärts bringen zu können und das gleiche war auch bei Jesus er selbst musste sich auch oft raus nehmen und zurück ziehen um den Vater zu suchen bezüglich der zukünftigen Dinge um das Ganze vorwärts zu leiten und er hatte deshalb seine Jünger die sich um alles mögliche natürliche kümmerten und es war ja nicht so dass er selbst nicht dazu bereit gewesen wäre er selbst hat es in einer eindrücklichen Art und Weise bewiesen als er sich selbst hinkniete um den Jüngern die Füße zu waschen sie waren geschockt darüber und sie waren jedenfalls seine Helfer Schaut euch dann hier Vers 3 an Darum ihr Brüder Er spricht hier also zu den Glaubenden in der Gemeinde Seht euch unter euch um und sucht nach sieben Männern die ein gutes Zeugnis haben und so hat das angefangen versteht also sie hatten einen guten Charakter also er meinte Männer aus ihrer Mitte das hat also bedeutet dass sie definitiv von neuem geboren waren und sie waren voll Heiligen Geistes das heißt also sie waren getauft im Heiligen Geist und pflegten es auch in Zungen zu reden Es ist nicht nur die Verantwortung der Prediger und Lehrer voll des Heiligen Geistes zu sein und zu bleiben und in Zungen zu reden und sie waren voll auch mit Weisheit es waren also Leute die wussten wie man Gottes Wort hernimmt und aufs Leben anwendet die wollen wir für diesen Dienst einsetzen das waren also Aufseher das waren also Leiter in Diensten der Hilfeleistung und so brauchen Gemeinden auch heute Leiterschaft also Leiterschaftsleute in verschiedenen Bereichen des Dienstes der Hilfeleistung Hier waren sieben Leute die sie auswählten definitiv gab es aber sehr viel mehr Mitarbeiter denn es war ja eine richtig große Gemeinde geworden aber wir wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben sie blieben also treu und beständig im Gebet um vorbereitet zu sein und das Wort geben zu können das bezog sich jetzt auf die Apostel und das Wort gefiel der ganzen Menge und hier kann man sehen dass sie es verstanden haben was los war sie kamen zum Verständnis und sie erkannten wie wichtig und wertvoll beide Seiten waren und es heißt und hier heißt es also und sie erwählten Stephanus einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und Procorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus einen Proselyten aus Antiochia diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf und das Wort Gottes breitete sich aus Hallert und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam und das ist so gewaltig dass diese ganze Bewegung sich sogar ausgoss sozusagen über die religiösen Priester ist das nicht kraftvoll ich möchte noch eine weitere Sache betrachten was einher geht mit dem was hier in Apostel die Schichte 6 steht geht mal mit mir hinein in Matthäus Evangelium Kapitel 9 weil wir gesehen haben dass Evangelisation stattfand genauso auch der Prozess der Jüngerschaft voll dabei war und Jesus ist der Oberhirte der Hirte ist auch der Pastor und in diesem Rahmen waren es die Apostel die die das Pastoren Amt inne hatten geht geht also mal in Matthäus Kapitel 9 und lasst uns die Seite des Hirten betrachten oder die Sicht eines Hirten bekommen Peter Petrus schreibt davon dass Jesus der Oberhirte ist und er schreibt über Pastoren dass sie unter dem Oberhirten sind es heißt in Matthäus Evangelium Kapitel 9 und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer und so kann man sehen dass Jesus willig war an Orte zu gehen wo große Zuhörerschaft war und genauso aber auch an Orte zu gehen wo halt eben nur wenig Leute waren die er treffen konnte lehrte in ihren Synagogen verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk als er aber die Volksmenge sah empfand er Mitleid mit ihnen das ist was ihn wirklich bewegte er sah die Menschen die eine Beziehung mit dem Herrn dringendst brauchten er sah Leute die es nötig hatten ihren Lebenszweck herauszufinden er sah Leute die verstreut waren ohne wirklichen Lebenszweck ohne Richtungsweisung und das war der Zustand der Welt im Allgemeinen ohne Gott hast du keinen wirklichen Zweck du kannst die Leute einfach das mal fragen ganz einfach diese Frage stellen weißt du überhaupt warum du hier bist du kannst diese Frage niemals wirklich ehrlich und ernsthaft beantworten bis du zur Beziehung mit Gott kommst indem du Jesus Christus angenommen hast Denn dort ist erst der Punkt wo du deinen eigentlichen Lebenszweck erfährst Als er aber die Volksmenge sah empfand er Mitleid mit ihnen weil sie ermattet waren und vernachlässigt und zerstreut waren das war was Jesus sah ein Haufen von Leute aber alle planlos ohne Richtung Wie Schafe die keinen Hirten haben Also Nummer eins Seht ihr Jesus sah das Volk Und zwar so wie sie eigentlich geschaffen waren nach dem Plan Gottes wie Schafe die einen Stall hatten worüber uns Johannes 10 Vers 10 lehrt Wir kommen in die Familie Gottes hinein und werden sozusagen Schafe von ihm und wir werden Schafe durch den Hirten hindurch Und wer ist der Hirte? Jesus Jesus ist der Herr Halleluja Amen Seid ihr nicht froh dass ihr Jesus gefunden habt? So wird man ein Schaf Es heißt Weil sie ermattet waren und vernachlässigt und zerstreut so wie eben Schafe sind die keinen Hirten haben Da sprach er zu seinen Jüngern die Ernte ist groß aber es sind wenige Arbeiter Darum bittet den Herrn der Ernte dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet Nun wir haben diesen Vers aus einem Blickwinkel gesehen aber hier ist noch viel mehr Tiefe drin denn er spricht nicht nur darüber dass Menschen zur neuen Geburt geführt werden und dass der Herr dazu eben Leute rausschickt in die Welt um das Evangelium zu teilen dass die Verlorenen erreicht werden sondern er spricht ja auch über die Rolle der Gemeinde und in Verknüpfung damit ja die Position der Pastoren denn genauso wie die ganz allgemeine Gemeinde als Stall als Schafstall sozusagen bezeichnet wird genauso wird auch im kleineren Stil die Ortsgemeinde als ein Schafstall bezeichnet lasst uns das mal schnell anschauen geht mit mir mal in den Petrus Brief und bemerkt hier was Petrus schreibt denn versteht dabei dass das Wort für Hirte ist dasselbe griechische Wort ist was für das Wort Pastor verwendet wird es gibt das Wort Poimen und Poimeno Poimen ist das Wort Pastor Poimeno ist bezogen auf die Schafe oder halt eben die Versammlung der Heiligen schaut euch das an was Petrus schreibt im ersten Petrus Brief Kapitel 5 die Ältesten die unter euch sind ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit die geoffenbart werden soll Schau dir Vers 2 an Poimen die Poimeno Hütet und das bezieht sich auf die Pastoren Petrus schreibt hier also zu Pastoren Hütet die Herde nährt die Herde Das sind die Glaubenden in der Gemeinde die Herde Gottes bei euch indem ihr die Aufsicht übt und dann zählt er die Qualifikationen auf macht es nicht gezwungen sondern freiwillig und nicht aus schändlichem Gewinn streben sondern macht es mit gesunder Hingabe dass Geld euch nicht kontrollieren kann Gewinnsucht oder Geldliebe das macht das Geld schmutzig das Geld an sich ist nicht schmutzig oder übel sondern das falsche Motiv das mit Geld umgeht das ist übel unständlich nicht als solche die über das ihnen zugewiesene herrschen als Diktatoren sondern dem ihr Vorbilder der Herde seid also Vorbilder für die Poemeno für die ganze Herde dann Vers 4 wenn der oberste Poemeno also der Oberhirte wer ist das da ist die Rede über Jesus du hast also Jesus und die Pastoren unter ihm geht mit mir mal in Kapitel 20 der Apostelgeschichte Lernen wir heute Abend was Halleluja Halleluja Nun in Apostelgeschichte 20 Paul hat zurückgekehrt in die Gegend von Ephesus und er holt alle Pastoren zusammen er versammelt sie und bemerkt ja was er zu ihnen schreibt er sagt in Vers 28 so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde und hier ist wieder dasselbe Wort ich habe sogar in den Randnotizen meiner Dex Bibel Übersetzung ja hier steht sogar als Randnotiz mit dabei in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat und jetzt bemerkt wie es hier weiter heißt um zu hüten im Englischen ist es mit nähern übersetzt und hier ist in der Randnotiz wieder das Wort Poemeno verwendet also Poemen und Poemeno um die Gemeinde Gottes zu nähern und zu hüten die er mit seinem eigenen Blut erworben hat also Paulus erinnert sie dass ihre Hauptverantwortung darin liegt die Bevölkerung mit dem Wort zu nähren um der Leiter zu sein und die Aufsicht auszuüben unter dem Herrn Jesus wenn also Jesus betet in Matthäus 9 dann betet er nicht nur über die Ernte sondern er betet genauso auch über Ortsgemeinden dass sie aufkommen Gemeinden Gemeinden mit Pastoren dass die Schafe nicht ermatten sondern das Wort kennen sondern dass sie ihre jeweilige Funktion herausfinden mit all den verschiedenen Gemeindemitgliedern zusammen Halleluja Halleluja seid ihr nicht froh um die Ortsgemeinden und seid ihr nicht froh um die Ortsgemeinde schau mal deinem Nachbarn an und sag ihm du bist wichtig du bist wichtig und es ist wichtig zusammen zu sein als ein Leib Amen Vater wir danken dir für dein wunderbares Wort für deinen kostbaren goldenen Leuchter die Ortsgemeinde Halleluja und wir beten das Vater wir beten füge auch weiterhin zu unserer Gemeinde neue Leute hinzu und Vater wir beten fahre fort auch weiterhin in diese Nation neue Gemeinden zu gründen und in den Nationen die zuhören Errettung und Ortsgemeinden Jüngerschaft in dem Namen Jesus Halleluja Amen Amen Wir machen kurz fünf Minuten Hallo hier ist Mark Irvin Gründer und Präsident des Dienstes von From Faith to Faith to the Nations und ich bitte dich ein Partner mit uns zu werden deine Partnerschaft auf monatlicher Basis hilft uns in die Nationen zu gehen überall in der Welt wir sehen Menschenmengen errettet und geheilt und Gott bewegt sich in mächtiger Art und Weise die Türen öffnen sich weiterhin und jetzt starten wir Grundlagen Bibelschulen aber es braucht Finanzen um durch all diese Türen zu gehen und das ist es was dein monatliches Geben tut wenn du Partner mit uns werden möchtest dann gehe auf den Link der auf dem Bildschirm gezeigt wird und ich möchte dir ganz persönlich Danke sagen für deine Unterstützung die Unterstützung und ich möchte